Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja sag mal, brennt der oder was? Ich muss jeden Tag gucken, wie ich alles organisiert kriege. Die wissen überhaupt gar nicht, wie das ist, wenn man klein ist. So, hin kommen da noch mehr Autos, ich sehe das nicht. Du musst nicht gleich die Plinte ins Korn schmeißen, Mann. Das geht nicht alles so ruckzuck, wie du das immer denkst. Hier kommt Ela Niemeyer und jetzt geht's ab, oder was? Ich könnte nicht mal. Boah, das ist schlimmer als wir beim Amt. Jetzt kommen hier die beiden Pupsbacken an und meinen, sie müssten dumm rum klug scheißern. Ela! Da, da, kannst du rufen? Oh mein Gott, Amo, das ist nicht dein Ernst. Ich hab total Schiss, dass ich überhaupt nichts finde, weil ich ja nun mal 50 cm kleiner bin als andere Frauen. Ich nehm dich mit in meine Welt Und ich zeig dir, wer ich bin Denn ich liebe mein Leben Ich nehm dich mit Klar, mit 1,13 m denken alle, das krieg ich nie gewuppt und das schaff ich nicht, aber ich manage hier alles, die Kinder, den Haushalt Und ja, natürlich brauche ich etwas länger und 2 Stunden oder so, aber ich schaff das schon. Musik 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 Ja, also bei uns hat Ela die Hosen an. Sie ist zwar klein, mit 1,13 m, bei ihr fehlen noch 50 cm, aber sie ist für die kleine Größe die richtige Powerfrau. Musik Wir müssen, ich muss noch für Lea das Antibiotikum holen und zur Post und zur Bank, also wir haben kaum Zeit heute. Ja, Finn hat ja auch noch seine Kindergartenreise, da müssen wir uns ja auch mal ein bisschen beeilen. Ja, ja, also der muss ja zum Kindergarten und dann müssen wir die ganzen Termine abklappern. Unsere Familie, die funktioniert wie so ein Schweizer Uhrwerk und das ist alles bei uns ja richtig eingespielt, dass wir uns gegenseitig helfen. Nur wenn jetzt irgendwas passieren sollte mit dem Auto oder irgendwas anderes, dann fällt alles zusammen. Dann ja, dann stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Musik Jetzt auch noch Telefon, ey, das kann doch nicht annehmen. Wir haben keine Zeit. Niemeyer? Hallo? Nee, das geht jetzt nicht, dass ich gleich jetzt noch zur Arbeit komme. Geht das nicht irgendwie drei Stunden später oder so? Nee, jetzt so in einer halben Stunde, das ist für mich ja auch Stress. Ja, also das war eben jetzt meine Arbeit. In einer halben Stunde soll ich auf Arbeit sein. Na toll. Ich muss da noch eine Schicht übernehmen. Ja, ich weiß, dass Dittmar halt Geld verdienen muss, damit wir damit leben können. Ich bin ja nicht blöde, aber es nervt mich halt, weil ich wieder alles umorganisieren muss und hier gucken muss, wie ich alles hinbekomme. Ja, und jetzt? Ja, kannst du nicht jemanden irgendwie anrufen oder irgendwas anderes machen? Ja, ich kann mir jetzt wieder was einfallen lassen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, da muss ich jetzt erst mal mit den Kids rein und gucken, wie ich das organisiert kriege. Gut, komm hier. Tschüss. Gehst du mit rein? Ja, es ist wirklich schlimm, dass Dittmar mich hängen lässt, aber viel, viel schlimmer ist es, dass wir hier auf dem Dorf ruhen, weil hier nun mal die Bus- und Bahnverbindungen absolut gar nicht sind. Hallo, Tanja. Na? Du, ähm, ich hab ein ganz großes Problem. Ach shit, okay. Du hast kein Auto heute. Ja, das Schlimmste für mich ist hier im Freundeskreis überall hin und her zu telefonieren, um zu fragen, ob sie mal schnell für mich fahren können. Ja, hallo Manuela. Wenn du diesen Satz hier abhörst, dann ist es sowieso schon zu spät. Hat sich erledigt. Liebe Grüße. Tschüssi. Mann, Mann, Mann. Wenn wir jetzt nicht gleich eine Lösung finden, dann kommen wir zu spät. Das kotzt mich so an, diese Scheiße hier. So, dann versuchen wir jetzt nochmal die Steffi. Hallo Steffi. Ja, du, ähm, ich hab ein Problem. Ein Organisationsproblem. Hilf mir. Ich fall immer tiefer runter. Hilf mir. Siehst du dich? Ich kisch. Ja, es nervt mich auch total. Es ist schon wieder das zweite Mal in diesem Monat und ja, es nervt einfach alles. Ja, kriegst du das hin? Super. Alle schnell. Hi. Finn muss zum Kindergarten. Komm Finn. Rein mit dir. Du weißt, wie du bist. Komm. Tut mir total leid für die. Also, Dittmar, wenn der zur Arbeit ist, dann hat sie kein Auto und ich fahr sie total gerne. Ich bin auch immer bereit, das wiederzutun, aber wir leben auch im Land. Ich hab selber zwei Kinder und ich kann halt auch nicht immer. So, Finn, deine Tasche. So. Viel Spaß. Ja, ich nimm das ab. Wir haben keine Zeit. Okay, dann läufst du jetzt zum Eingang. Und dann, tschüssi, viel Spaß. Tschüss. Daniela, wir haben keine Zeit. Ja, wir müssen weiter. Dann, tschüssi, 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 tschüssi. Warst du denn jetzt überhaupt schon mal beim Amt und hast noch mal nachgefragt? Ja, ich hatte ja einmal diesen Antrag dargestellt gehabt und dann haben sie das ja abgelehnt und ja, seitdem hab ich das noch nicht wieder gemacht, ja. Ja, da darfst du dich aber wirklich nicht so hängen lassen. Also, ihr seid fünf Personen, also, Dittmar arbeitet in Schicht, die können dich doch nicht festsetzen. Mach mal was. Versuch's doch noch mal. Da darfst du nicht locker lassen. Ja, ich werd noch mal diesen Antrag da holen und dann füll ich den noch mal aus und dann versuch ich das noch mal. Wir werden gleich heute den Antrag abholen. Ich stelle mich jetzt mal hier hin und ich würd sagen, du gehst dann mal und versuch dein Glück in der Apotheke. Okay. Na klar, gibt es Tage, wo ich echt groggy abends bin, weil ich doppelt so viel laufen muss wie die normalen Menschen. Und ja, also natürlich denken Leute manchmal, oh je, kleinwüchsig, die kriegt nichts gewuppt oder sonst irgendwas. Aber ich stehe dazu, dass ich kleinwüchsig bin und ja, ich manage das auch trotzdem. Und dann, wie gesagt, wirklich gleich ausfüllen und am besten, wenn du Montag gleich wieder hierher musst, wegen dem Rezept. Ja, dann gebe ich das gleich hier alles ab. Genau. Ja, war super lieb von Steffi, dass sie das heute mit mir gemacht hat. Aber ich hab morgen dasselbe Problem und darf wieder nach Lösungen suchen. Hallo, das Abend hat geschrieben. Guck mal. Mal gucken. Mal sehen, was sie wieder schreiben hier. Ja, vielleicht bewilligen sie ja. Eine ausführliche Stellungnahme ist schwer abzugeben, da mir einzuhalten zu der Situation der Familie nicht bekannt ist. Also wieder eine Ablehnung. Ja, hier begründet er, den gut 500 Meter entfernten Kindergarten kann man auch gut zu Fuß zu erreichen, zum Beispiel mit einem Behindertenfahrrad. Ja, sind die bescheuert? Wie soll ich das denn machen? Soll ich die Mädchen auf den Gepäckträger nehmen oder was? Diese Sesselpupser da vom Amt, da kommen die mit irgendwelchen Argumenten, die sie gar nicht selber verstehen. Und da fass ich mich echt manchmal am Kopf und frag mich, was sind das für Argumente? Gelegentlich könnte der Mann ja auch mal mit dem Fahrrad zu etwa 12 Kilometer entfernten Arbeitsstelle fahren. Wie soll das denn gehen? Du hast auch Nachtschicht, willst du nachts mit dem Fahrrad bis nach Schneebanding fahren? Ja, sag mal, brennt der oder was? Hier hat er aus dem Internet sich eine Route rausgesucht, wie schnell man mit dem Auto ist. Ja, mit dem Auto, das geht doch gar nicht. Du musst das zu Fuß gehen. Ja, guck mal, wenn ihr großen einen Schritt macht, mach ich drei Schritte. Ja, aber das siehst du ja, dass sie sich keine Gedanken machen. Ja, es nervt mich, Schatz. Immer wieder muss ich irgendwas dokumentieren und sagen und dann kommt wieder so ein Scheiß da zurück. Ja, weißt du was, Schatz? Wir zeigen den Sesselpupern das mal richtig. Ich hab ja noch die alte Kamera. Und dann machen wir das mal und zeichnen das mal richtig auf. Dann könnt ihr sehen, wie weit das für dich ist. Ich nehm dich mit in meine Welt und ich zeig dir, wer ich bin. Denn ich liebe mein Leben. Ich nehm dich mit...